Wisst ihr was schönes? Wenn der Imker im Ganzkörperkondom arbeitet und sagt, es ist nicht wegen den Bienen, sondern ihr seht was da vor meinem Gesicht rumschwirrt. Meine Bienen sind die liebsten auf der Welt. Die Mücken bringen mich um. Die wollen mir zerfleischen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Mücken auf einen Schlag erlebt wie an diesem Bienenstand. Ich meine, es hat den ganzen Mai geregnet. Jetzt ist es warm geworden. Das ist natürlich logisch. Die Tümpel in der Au sind alle voll mit Mücken. Und bei uns in der Gegend ist es auch bekannt, dass wir so viele Mücken haben. Also das ist normal. Aber dieses Jahr ist ein brutales Mückenjahr. Seht ihr das im Video, wie das um mich herum schwirrt? Das ist keine einzige Biene. Überall, sobald ich mich bewege und anhalte, überall Moskitos wollen mich zerfleischen, diese Viecher. Ja, wie gesagt, Imkeranzug. Auch ich brauche ihn. Aber ich brauche ihn nicht wegen den Bienen. So, schönen Tag euch. Bis dann.